Also ich saß auf der Arbeit und habe die Instagram-Benachrichtigungen gekriegt. Herzlichen Glückwunsch und ich müsste erstmal gucken, was das überhaupt war. Glück auf Jungs! Ich habe mich riesig gefreut, als die Nachricht kam, dass ich gewonnen habe. Und das ist einfach einmalig. Dankeschön! Bisher hatte ich schon Glück und habe öfter mal Tickets gewonnen, dass wir in der Arena waren. Aber das ist nochmal was Besonderes. Schalke 04 weiß ja auch, wie viele Fans sie haben. Und wenn er so war, das ist ja unglaublich. Ich bin ja Repräsentant von Schalke und wir fahren auch zu Fanclubs hin, die 25-jähriges Jubiläum haben. Die Fans, es ist unglaublich, was die Schalker für Fans haben. Ja, richtig toll. Also wirklich super sympathisch und war toll. Wenn ihr auch so ein Erlebnis gewinnen wollt, dann macht unbedingt bei den nächsten Gewinnspielen in der VR-Bank Westminster Land mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.